One, two, three. Bam, bam, bam. Oh Gott. Ja, wenn uns einer beobachtet. So, das hier, ich frag dich nochmal, das blinkt jetzt schnell grün? Jo. Und das blinkt nochmal rot. Sehr schön. Bei dir auch. Hier blinkt es grün, da rot. Was, wo blinkt das grün? Es ist das grüne Licht. Du solltest vielleicht erstmal gucken, in welchem Winkel es aufblicken. Ja, das wird schon. Hinhauen. Setz dich mal auf dem Moped. Ich kicke mir die Kamera gleich nochmal an, wenn du ganz normal drauf sitzt, wo sie hinzeigt. Hallo. Ich kannte die gerade. Die haben mich aber nicht erkannt. Oh. Low battery. Naja, ist ja bei dir gang und gäbe. Ist ja meistens so, oder? Nee, eigentlich nicht. Achso. Ja, wissen wir nicht. Fahren wir jetzt bei dir rum oder fahren wir Richtung zu mir? Ich fahr mal Richtung Friedrichshagen. Okay. Okay. Machen wir. Schätzle. Hast du gut gemacht. Ja, wa? Gerade aus. Machen wir. Könnte ja auch mal jetzt grün sein. Aber nein. Hätte, könnte. Wir fahren jetzt über die Brücke, wa? Ja, über die andere, nicht über die. Ja. Sonst wären wir jetzt auf der falschen Spur gelandet. Hi. Töchchen. Na? Ist los hier? Oh wei. Das fängt ja schon gut an, wa? Haben wir uns durch Zufall getroffen, Mensch. Was ist hier los? Achso, ich hab was vergessen. Ich muss ja sagen, Mensch, hallo zusammen, da bin ich wieder. Da sind wir wieder. Weil ich hab uns ja schon so ein bisschen angekündigt auf dem Weg hierher. Achso. Und habe gesagt, dass das Ganze wohl höchstwahrscheinlich, also meine Empfehlung, betrachte es einfach mal als so eine kleine Abfahrtour. Weil wenn du vielleicht wirklich nur die letzte Oktoberwoche vielleicht noch ein Wochenende hast, dass das jetzt vielleicht so schick ist wie die sind, dass man Mopede fahren kann. Klar, dann ist das Glück, dann ist das schick und schön, dann ist das heute nicht die letzte Mopedenfahrt. Aber ist ja schön, wenn man das als letzte deklariert und man dann doch noch eine hat. Das ist ja besser, als wenn man dann auf jeden Fall negativ überrascht wird. Ja. Dann sagen wir mal lieber, dass das hier so eine kleine Abmopedisierung ist, oder wie das heißt. Was war das? Ich hab raue Lippen, interessiert zwar keinen, aber ich wurde gefragt, was los ist. Und jetzt habe ich es einfach so unverblümt rausgeworfen. Oh mein Gott. Hast du auch raue Lippen? Nee, gerade nicht. Ist auch besser so. Hui, da ist ja wohl mal das Hinterrad kurz weggerutscht. Was machst denn du da für eine Scheiße? Ich hab doch gesagt, das ist kalt. Du musst doch den Ofen erst warm rutschen. Ja, Hallöchen. Kommst doch auf meine Spur. Naja, der ist gerade erst aufgestanden. Pass lieber auf. Was machen die denn da? Was machen die denn da? Suchen die irgendwas? Kann ich dir sagen. Die vergleichen die Hackenhornhaut. Wer hat am meisten? Die kicken beide nach unten. Oh nein. Nee? Ich weiß nicht. Jetzt nimmt sie sehr die Brille ab. Ich hab hier schwächen Sonnenbrillen gesucht. Ach so, Vera Wang. Vera Wang, oh mein Gott. Oh, mit Beiber. Tagchen. War das eine MZ? Sah halt so aus. Was? Ich hab kein Wort verstanden. Sah aus wie eine MZ. Ich hab ein bisschen genuschelt. Ich hab gesagt, eine MZ. Hab das nicht so scharf ausgesprochen, wie du es gerne hättest. Wie ich es gerne hätte. Ja, na, hättest du es verstanden, hättest du gesagt. MZ. Z. Wäh. Z, 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 Z. Oh. Von 8 bis 20 Uhr. 30 kmh. Da ich jetzt absolut nicht weiß, wie spät es ist. Ja. Wiss ich nicht. Machen wir das. Ehrlich, ich könnte dein Vater als Surfen gehen. Ja, aber ist ja kein Wind. Hä, doch. Ja, das Wind. Hast du nicht mal aufs Wasser geguckt, wie es da aussah? Nicht wirklich. Er sitzt bestimmt auf der Couch und schaukelt sich die Fernbedienung. Ich denke, das ist der Part von deiner Mutter. Weiß ich nicht. Aber denk dran, wir dürfen jetzt keine bösen Sachen erzählen. Mein Vater guckt meinen YouTube-Channel. Gut. Ich meinte natürlich nur das mit der Fernbedienung. Ja. Oh, jetzt hier. Was ist hier? Na, Umleitung. Achso, ja. Ach, wir fahren ja sowieso hier lang. Ist ja so leise. Wer ist leise? Ich bin leise. Ja. Na, was soll ich denn machen? Soll ich Krach machen? Ja. Wie soll ich denn das anstellen? Ich gehe jetzt ein Schlag aus deiner Jugend. So, kann ich Krach machen. Ja, glitzen gleich alle blöde. Und die Muttis sagen dann, oh, kicke mal da, pass auf auf so einen Idioten. Wo sie ja auch recht haben. So wirst du nicht, wenn du mal groß bist. Genau, du bist noch viel schlimmer. Das weiß ich jetzt schon. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist doch eine Figur. Habe ich jetzt ja nicht so genau hingekickt. Knick, knack, knuck. Blinke, blinke, blink. Wir gucken uns gleich ins Gesicht. Dum, dum, dum. Zack. Schön dicht ranfahren, dass wir hier nicht mehr wegkommen. Ist doch in Ordnung. Mann, toll. So. Also, ich habe da ein Display. Was steht da drauf an Akku? Ein Strich. Ein Strich. Na, du hast nur halb. Also ich habe wirklich nur noch einen letzten Zippel, ja? Okay. Dann ist das ja mal der Knaller. Also hast du keinen anderen Abbau? Nein, ich habe nichts bei. Ich besitze keine anderen Akkus. Müsste ich mir mal zulegen. Die ich da habe, die halten ja den Strom nicht mehr. Ob da jetzt einer? Nö, ist frei, kannst du fahren. Das sind ja diese komischen Nachbau-Akkus da. Und naja, die kannst du in eine Pfeife rochen. Ich glaube, ich fahre mal Richtung Müggelheim. Okay. So. Ich muss erst mal meine Lippen kurz anfeuchten. Die sind schon vom Nichtquatschen angeklebt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal vorsichtshalber Bye-Bye und Winke-Winke sagen für Rieke-Whatever-Saison 2018. Ob es dabei bleibt, keine Ahnung. Schauen wir mal. Aber ja, bis dahin und ciao. So, du bist raus. Jawoll. Du bist raus. Ich ausgemaust. Ja, ja. Du kannst mal rechts ran fahren. Ich fahre jetzt alleine weiter. Ach so, danke. Danke. So, Akku ist, Akku, da ist aber ja kein Akku mehr, aber trotzdem leuchtet noch. Kleiner Strich. Wie viel Akku hast du denn noch? Guck weg. Du hast jetzt noch einen Strich. Schnell, setz den Helm wieder auf. Oh Mann, ich Helm aus, Handschuhe weg. Ach du Scheiße. Jetzt wird es hektisch. Oh, der Ausruf ist kaputt. Sind doch uns was? Nee. Und, es geht schon wieder runter, oder was? Ach, nee. Nee. Hey, ich kann die Maschine anmachen, ey, so, so. Alter Schwede. Ich warte auf dich. Meine Handschuhe sind noch offen. Wir müssen... Meine halbe Hose hängt noch runter. Ich muss hier auf jeden Fall mal irgendwo anhalten. Können wir mal kurz anhalten?